Mein Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich habe heute mal wieder ein kleines nachkommentiertes Gameplay vorbereitet von einem Playstation User, der heißt Supercross. Ja, ich hoffe ich habe dich richtig ausgesprochen. Wir spielen heute Sohn und Zerstören auf der Map Standoff und ich habe ihn natürlich ausgewählt, weil er ein gutes Gameplay erspielt hat und das noch aufsuchen und zerstören. Ja, wie kann denn das gut gehen? Das kann nicht gut gehen. Natürlich kann das gut gehen. Bleibt einfach mal gespannt und legt mal los. Er hat eine DSR 50 dabei, ist eine Sniper, ein ganz großes Ding und er snipet hier schon mal ordentlich weg. Ich wusste nicht, was ich heute machen soll. Soll ich heute mal ein Let's Play machen oder soll ich heute mal ein Gameplay machen? Wobei das alles ein bisschen verwirrend ist, Let's Play und Gameplay. Bei Let's Play erzähle ich ja irgendwas, was er zum Beispiel hier tut. Er schmeißt zum Beispiel das Ding hier, da vorne läuft einer rum, die Benzinpreise sind hoch und der ist tot. Es ist aber alles ein bisschen komisch. Bei mir ist, ich bin eher so ein Gameplay-Typ hier und ja, mache heute auch mal ein kleines Gameplay. So, was gibt es Neues, Leute? Ach, vieles, 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 vieles. Ich komme nicht ins Fernsehen, für die Leute, die jetzt hier fragen. Ähm, ich war ja in Berlin, Leute. Und Tav hat mich moderiert. Also, so ein Kameramann kam auf mich zu. Kamerafrau oder Reporterin, wie man das immer nennen mag. Und ja, hat mir gesagt, hey, yo, du kommst ja ins Fernsehen und so. Und ja, ich hab Tav geguckt. Ich war es leider nicht, sondern jemand anders, der ins Fernsehen gekommen ist. Naja, kann man nichts machen, aber egal. Ähm, worum es heute in diesem Gameplay geht, ist, es geht heute um Bushido. Und ich weiß, dass viele Abonnenten von euch Bushido gut finden. Absolut, wir sind ja in einem meinungsfreien Land hier. Du kannst alles sagen, was du willst, aber hey, ich will dir heute mal was erzählen. Heute über diesen Bushido, über seine Texte, die natürlich für viele Jugendliche gut sind, weil sie einfach, ja, hart sind, verboten und das wollen die Leute hören. Aber Bushido hat in einem seiner Texte zum Mord aufgerufen und hat darauf aufgerufen, ja, Homosexuelle sind scheiße und so. Und Leute, das geht doch ein bisschen zu weit, oder? Wenn Bushido hier Texte schreibt, Claudia Roth muss sterben, Wovereit muss sterben oder was weiß ich da gesungen wurde oder Homosexuelle sind der letzte Dreck auf Erden, dann geht es in meinen Augen auf jeden Fall zu weit. Und dieser Mensch, dieser Bushido hat sogar noch ein Bambi bekommen, dieses komische, goldene, süße Räder aus purem Gold, weil da irgendwelche Leute gemeint haben, hey, Bushido, der macht einen auf Saubermann, den müssen wir doch ein Bambi geben. Leute, ich bin ein bisschen sprachlos. Der Bambi, hallo, das bekommen Yuppie Hestas, die Band Rosenstolz, Xavinaidu, diese Menschen, die haben was erreicht, die haben mit ihrer Musik Leute bewegt, die haben Hilfsprojekte ins Leben gerufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Bushido irgendwann mal irgendein Hilfsprojekt unterstützt hat oder irgendwas gemacht hat für die Allgemeinbildung, vielleicht auch was für die Integration. Aber er macht genau das Gegenteil. Er formt die Jugendlichen zu einer Generation an von frauenverachtenden Menschen. Ich kann das nicht gutheißen, dass diese Texte zum Beispiel, Frauen sind scheiße oder Frauen sind nur zum Bumsen da, das kann ich absolut nicht mithalten. Das ist für mich absolut nicht meine Musik. Und wenn Bushido noch Texte macht, Homosexuelle sind scheiße, der letzte Dreck, Wuferei muss sterben, also der Bürgermeister von Berlin, dann ist das für mich ein asoziales Verhalten, absolut. Und ich frage mich auch, warum dieser Mann dieses, das tut. Klar, er hat Erfolg, er hat eine große Fanbasis und vielleicht schaut jetzt der ein oder andere Bushido-Fan zu. Klar, Bushido, das muss man hören. Viele Menschen, zum Beispiel jetzt Tunesier, finden ihn gut oder viele Menschen finden ihn gut, weil er einfach Sachen sagt, harte Sachen sagt, Sachen verherrlicht, aber das ist eben nicht der richtige Weg. Und ich kann davon wirklich sprechen. Ich bin zwar nur 20 Jahre alt, bin Socker, aber habe natürlich schon ein bisschen Erfahrung, mehr Erfahrung als Bushido. Es gibt ja sogenannte Diss-Texte. Hier, hey Bushido, jejeje, Bushido-Arschloch, jejeje. Was soll das? Was ist denn das? Ups, das sieht nicht so gut aus. So, okay. Wechseln wir mal zu einem neuen Person. Jetzt sind wir hier bei dem Spieler TobiOK TKV. Ja, der ist auch am Start hier. Ja, ich möchte gerne, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das neue Album von Bushido findet. Wie ihr Bushido eigentlich findet. Ich habe nichts gegen Rap. Das muss ich nochmal ganz klar sagen. Rap ist etwas Cooles. Rap ist etwas Cooles. Es gibt auch gute Rapper. Alpha Gun zum Beispiel. Es gibt sogar Rapper, die ich von der Musik her gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Farid Bang zum Beispiel. Da ist schon Power drin. Da ist schon was Cooles drin. Aber für mich ist der einzigste Rapper in Deutschland Bushido das Problem. Gut, dieses ganze andere, Sido, das kann man noch akzeptieren. Das finde ich noch gut. Aber Farid Bang, das ist alles was Cooles. Aber Bushido ist für mich eine arme Sau. Um es mal hart zu sagen. Um jetzt nicht hier irgendwie aufzumucken. Ich will jetzt ja nicht diesen Bushido hier beleidigen. Nee, nee. Ich ließe hier keinen oder so. Das ist auch nicht meine Art jetzt hier Bushido fertig zu machen. Weil er auch nur ein Mensch ist. Aber er hat so viele Chancen gehabt mit Peter Maffay zusammen. Das ist Peter Maffay. Der Sänger hat sich von Bushido getrennt. Weil er sich einfach asozial verhalten hat. Muss man wirklich mal so sagen. Und ich glaube diesem Mann kann man auch nicht mehr helfen. Ist schade, dass es halt eben Menschen gibt, die Homosexuelle, Lesben, ja, beleidigen müssen. Zum Mord aufrufen müssen. Ist sehr schade. Aber was sollen wir tun? Bushido, du hast das goldene Bambi-Ding da auf jeden Fall nicht verdient. Deine Texte sind menschenbeachtend. Und du bist ein Lauch. Leute, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und haut auf jeden Fall rein, Leute. Ich sage tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation. Drei. Ciao.